Da steht die Kiste, aber mir gefällt einfach das Hack. Irgendwelche Leute auf TikTok schreiben, dass ich irgendwie so ein Probefahrtourist bin. Servus Freunde, lange ist es her, dass ich wieder ein Video gemacht habe. Ja, es ist aktuell ein bisschen schwierig. Der eine oder andere weiß ja, dass ich jetzt einen neuen Job habe. Tagsschicht arbeite, beziehungsweise Gleitzeit. Und eigentlich nur an den Wochenenden Videos drehen kann. Autotechnisch ist es auch gerade schwierig. Ihr wisst, ich habe selbst gerade nicht so ein tolles Auto. Bin aber auf der Suche gerade nach einem geilen Wagen. Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, dass ich schöne Autos filme und dann selbst noch ein schlechtes Auto fahre. Deswegen wird es auf jeden Fall demnächst ein geiles Geben. Deswegen mache ich heute auch das Video. Ich hatte ja mal vorangekündigt, beziehungsweise angekündigt, dass ich eben den RS3 fahren werde, den X6 fahren werde und einen Porsche Macan wahrscheinlich. Den RS3 habe ich ja schon getestet. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ihr wisst, ich bin ein SUV-Fan. Ich hatte auch vorher ein SUV. Jedoch muss es ein SUV sein, der Dampf hat. Und da bleibt eigentlich der X6 zwar übrig und der Macan. Aber der X6 ist das Problem, den gibt es ja nur als 5 Liter. Und den X6 M, das ist mir eindeutig viel zu viel Hubraum und Leistung. Und darauf habe ich keinen Bock. Also 5 Liter nicht, sondern 4,4 Liter ist es meine ich. Und dann gibt es halt den Macan. Der Macan ist vom Motor her 400 PS, 3,6 Liter Hubraum, V6 soweit ich weiß, Biturbo. 400 PS würden mir völlig reichen. Der X6 gibt es noch alternativ als Diesel, 40D, 313 PS. Aber ihr wisst, Diesel bin ich absolut kein Fan. Ich brauche einfach etwas mit Dampf, mit Komfort, ein bisschen höher sitzen. Und da kommt der Porsche Macan so ziemlich in meine engere Auswahl. Und in dem heutigen Video geht es darum, dass ich jetzt mir einen Porsche Macan Turbo anschauen gehe. Ich bin jetzt gerade aufgestanden. Esse jetzt kurz noch was. Fahre jetzt gleich in einem Ort. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Dort steht der. Und blende jetzt gleich mal nochmal ein Bild ein. Und dann, ja, zeige ich euch das Auto mal. Ich hatte schon vor Ort einen Termin vereinbart. Mal schauen, ob es auch klappt mit der Probefahrt. Leute, einige von euch oder irgendwelche Leute auf TikTok schreiben, dass ich irgendwie so ein Probefahrttourist bin. Nein, ich bin kein Probefahrttourist. Aber ihr wisst, wenn man ein Auto kaufen möchte, dann muss man das Auto natürlich testen. Vielleicht auch mehrere. Weil mit einer Fahrt kann man nicht entscheiden, welches Auto das richtige ist. Und es geht ja auch um viel Geld. Und deswegen fahre ich jetzt da hin. Muss endlich von dieser Kiste weg. Der Wagen muss eindeutig weg. Ich habe die Schnauze voll. Ich denke, wenn der Macan mir zusagt, von der Performance her, vom Komfort her, vom Sound her, dann könnte der was werden. Jetzt muss man nur nochmal schauen, was er monatlich kosten wird. Das ist natürlich auch wichtig. Ich habe da ja ein bestimmtes Budget, was ich ausgeben möchte. Nicht wie beim AMG damals einen Haufen Geld, sondern einen bestimmten Betrag, der noch verkraftbar ist. Man muss ja auch ehrlich sein. Ich will ja auch nicht mein ganzes Geld für ein Auto verprassen. Aber ich will natürlich auch ein Auto haben, was Spaß macht. Ich würde mal sagen, sobald ich dort bin, melde ich mich zurück, zeige euch das Auto. Und ja, dann schauen wir mal. Also bis nachher. Freunde, es hat sich kurzfristig noch ein anderes Auto angeboten, das ungefähr 8 Kilometer entfernt ist von mir. Jetzt fahre ich da auch nochmal hin. Leider ist der ein bisschen teurer. Der kostet 3.000 mehr. Hat aber nur 100.000 Kilometer. Der andere hatte, glaube ich, 140.000 oder 150.000. Da muss man sich das überlegen, das wäre es eigentlich schon wert, eigentlich 100.000 Kilometer zu haben. Statt 140.000 oder 150.000, das macht schon was aus. Dann zahlt man lieber 3.000 mehr. Aber ich schaue mir den jetzt mal an. Und danach fahre ich nach, wie heißt der Ort? Leute, ich bin schlecht in Namen merken und ich bin schlecht in, sagt schon, Orten merken. Also Städtenamen. Kann ich mir auch nie in der Schweiz so richtig merken. Ja, ich fahre jetzt schnell nach Fühlinsdorf. Dort steht eben auch ein Turbo. Den gucke ich mir jetzt mal an. Und dann fahre ich mal weiter zu dem anderen. Der ist dann ungefähr 20 Kilometer entfernt. Und ja, der ist halt ein bisschen günstiger. Mal schauen jetzt. Günstiger, mehr Kilometer. Ich melde mich gleich zurück. Bis dann. Leute, wieder mal ein Fail. Ich bin jetzt gerade dort angekommen. Irgend so ein komisches Industriegebiet. Und ich will jetzt nicht negativ sein oder eh irgendwas. Ich mag das nicht negativ zu sein. Aber kennt ihr das, wenn ihr zu einem Händler kommt. Und ja, der Rückwärtsgang will heute nicht rein. Und du siehst da irgendwie so einen Kiesplatz oder sowas in der Art, wo die Autos sehr ungepflegt aussehen. Zudem zwielichtige Personen, wo du von 100 Metern denkst, oh Alter, kann man dem wirklich vertrauen. Ich bin so ein Gefühlsmensch. Wenn mein Gefühl mir direkt sagt, mir gefällt das nicht, wie die Gegend aussieht. Mir gefällt das nicht, wie die Autos hier stehen. Also dann, Leute, dann lasse ich das lieber. Mich würde mal interessieren, wie eure Erfahrungen eigentlich sind beim Autokauf. Worauf ihr achtet. Was wichtig ist. Seid ihr auch so, dass ihr dann auf euer Gefühl hört. Spielt das auch eine Rolle, wie die Ortschaft aussieht. Wie der Autohandel aussieht. Und genau, wie die Autos vom Zustand her sind. Ob die gepflegt werden. Ob sie draußen stehen. Mich würde es mal interessieren. Weil Autokauf ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Und ihr wisst, wie es ist. Damals, als ich meinen GLC-Arm gekauft habe, bin ich einen Range Rover Velar gefahren. 300 PS Diesel. Und danach noch ein GLE, 43er. Und dann eben den GLC von mir. Und danach ist die Entscheidung gefallen. Dann war es der GLC. Aber dieses Mal fällt es mir richtig schwer, weil auch die Preise so teuer sind von den Autos. Und es gibt einfach wenig Markans, die gepflegt sind. Freunde, ich bin endlich angekommen. In der Schweiz sind 35 Kilometer, gefühlt wie in Deutschland 100 Kilometer. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Der Porsche steht schon da parat. Der läuft gerade. Keine Ahnung, warum sie den jetzt warm laufen lassen. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, das weiß ich nicht. Aber das checken wir gleich mal ab. Bis gleich. Also Leute, ich habe die Probefahrt gemacht. Leider durfte ich sie nicht alleine machen. Eigentlich ist es auch ein gutes Zeichen, weil der Verkäufer ist jetzt mitgefahren. Der hat den Wagen vorher eine halbe Stunde warm laufen lassen. Das ist immer eigentlich ein gutes Indiz, denke ich. Und ja, ich war schon ein bisschen überrascht, dass er mitgefahren ist. Aber er hat gesagt, sie machen das, weil viele junge Leute kommen, die Autos einfach treten und nicht warm fahren. Und bei denen ist es dann so Tradition, dass immer einer mitfährt, das Auto beobachtet, den Fahrer beobachtet. Und an junge Leute haben die gemeint, geben sie die Autos nicht raus. Ich bin den jetzt gefahren, so 20 Minuten. Ich muss sagen, es fühlt sich jetzt nicht an wie 400 PS, wie beim AMG. Okay, aber er marschiert. Was mich halt ein bisschen jetzt gestört hat, ist der Sound. Er ist wirklich vom Werk aus leise und er hat keine Klappensteuerung. Ich denke, es liegt an der Klappensteuerung, weil er die nicht hat. Und da müsste ich definitiv in der Zukunft was machen. Aber der Wagen sieht sehr gepflegt aus. Ich zeige ihn euch mal. Da steht die Kiste. Aber mir gefällt einfach das Heck, Leute. Schaut euch mal das Heck an. Die Optik ist für mich auch sehr wichtig. Sound kann man immer was machen. Und schaut euch mal die Felgen an. Schon geil, 21 Zoll. Diese Turbo-Felgen. Finde ich einfach Wahnsinn. Und jetzt nochmal von vorne. Also optisch, von der Ausstattung her, hat er mir richtig gefallen. Ich zeige euch das jetzt nochmal von innen. Weil drinnen ist es halt wirklich wunderschön. Das muss ich einfach sagen. RS3 war natürlich vom Sound her brutal. Aber die Ausstattung war natürlich Müll. Und jetzt schaut euch mal die Porsche von drinnen an. Drinnen das Lenkrad. Finde ich sehr schön. Ich gehe nochmal rein. Mir gefällt auch das hohe Sitzen. Das tut mich ziemlich flashen bei dem Wagen. Es ist einfach wunderschön, da drinnen zu sitzen. Sportlich und zugleich bequem. Und das hast du im RS3 halt nicht so gehabt. Und jetzt schaut euch mal die ganze Armatur hier an. Das ist natürlich oldschool noch, das Display. Aber hier die ganze Armatur hier mit den ganzen Knöpfen. Und dafür misst man halt die Klappensteuerung. Die hat es halt nicht. Aber das kann man ja immer noch nachrüsten, was eventuell teuer ist. Oder es gibt dann jemanden, der das vielleicht relativ günstig anbietet. Wenn ja, könnt ihr euch melden. Ich denke, weil er jetzt relativ leise ist, flasht der Sound nicht so sehr. Und die Leistung kommt nicht so rüber. Ihr kennt das ja sicher alle. Das hier ist einfach wunderschön. Hier auch Turbo. Und was ich nicht wusste, der hat Burmester Soundanlage. Schaut mal. Einfach Burmester. Ich wusste gar nicht, dass er das hat. Habe ich durch Zufall gesehen. Und dann noch hier schön alles mit Carbon. Das Dach Alcantara. Vielleicht sieht man es hier nochmal. Und ja, die Ausstattung ist im Vergleich zum RS3 natürlich umwelten besser. Da kann man nichts dazu sagen. Der RS3 hat wirklich eine brutale Beschleunigung. Und ist vom Sound her einfach überragend. Hier habt ihr ein Panoramadach. Kann ich nochmal nach hinten machen. Und seht ihr das? Hier habt ihr nochmal ein Panoramadach. Das ist halt auch sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ein RS3 das hat. Das sind halt so wichtige Sachen. Ich werde jetzt gleich reingehen. Wir werden das Auto jetzt mal ausrechnen, was der mich im Monat kosten würde. Was für ein Angebot er hat. Der Zinssatz ist aktuell bei Leasing. 5,9% hat er gesagt. Es ist extrem gestiegen momentan. Das wird sich sicher auch nicht ändern in nächster Zeit. Und ich will unbedingt was Neues, Leute. Und schaut euch mal das Heck an. Das ist doch einfach geil oder nicht. Ich feiere das Heck einfach von dem Auto. Was soll ich euch sagen? Genau. Ich gehe jetzt mal gleich rein. Und dann bin ich gespannt, ob es der wird, ob es klappt. Wenn ja, lasse ich euch das natürlich wissen im nächsten Video. Aber heute weiß ich es noch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr noch mehr Bock habt auf Input von diesem Fahrzeug. Und ich das Fahrzeug natürlich kriege. Dann werde ich in Zukunft immer wieder Videos haben. Und dann könnt ihr mal gerne Fragen reinklatschen, was ihr über das Auto wissen wollt. Dann würde ich mal sagen, Like da lassen, folgen und bis bald.